Willkommen zurück zur sechsten Folge von Let's Play Inside. Wir sind Inside eines Käfigs und ich drücke jetzt den Button. Oh, oh. Oh, no, 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 no. Noooo. Oh. Oh, schwimmen da raus. Kannst du da nicht raus. Oh, nein, 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 nein. Wo komme ich raus? Nach oben, nach oben. Das Luft, das Luft. Wow. Wie kehrst du mal umschauen hier? Ich nehme das Ding, schieße auch wieder hoch. Wie üblich. Bevor ich da hingehe, tauche ich noch einmal hier ein. Noch mal schauen, ob ich hier nicht irgendwie noch irgendwas finden kann. Nee. 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 Und hier drüben? Nee. Sieht nicht so aus. Alles klar. Dann können wir jetzt auf das Ding steigen und da hochklettern. Sind da rechts, kann man da drauf springen? Wahrscheinlich nicht. Aber hier hoch kommen wir. Achso, das ist eine Tür, ne? Das ist eine Tür, die wir jetzt aufgeben. Ja. Oh. Das ist eine Tür, wo man auch noch schnell sein muss. Okay, let's go. Wuuuuh. Ähm. Ja, da hat das Timing mal nicht gepasst. Da hat das Timing mal gar nicht gepasst. Ich dachte, ich schwimme mich da jetzt so locker rüber. Von wegen. Ja. Ja. Geschafft. Eine hell erleuchtete Tür. Nummer drei. Ja. Das ist auch geil, wenn man die Treppe vorher nicht sieht und dann einfach so runterstolpert hier. Okay, schwimmen mal wieder. Unter der Wasseroberfläche. Na gut, tauchen wir es wohl hier wieder verpflichtet. Also tauchen wir. Ist hier schon eine Leiter? Mhm. Oh, und zwei von den Dingern. Interessant. Okay. Ich möchte also das da ziehen. Das da ziehen. Hier drauf stehen. Hochfahren. Hochfahren. Und abspringen. Ja. Weil natürlich da drüben nochmal so eine Plattform ist, wo für die wohl gut ist. Ist das ein Secret? Muss ich da hin? Ah. Ah. Sieht aus. Okay. Oh nein, 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 mich an ich muss das ding damit blockieren das heißt ich müsste noch mal runter ach so ich habe ja auch ich habe das auch gerade viel zu kompliziert gemacht eigentlich okay moment hier soll zuerst hoch ich hätte eben auch einfach auf der hier hochfahren können so blockiert und jetzt muss man dem hier noch mal hochfahren und dann bin ich da drauf und dann müssen mit dem hier hochfahren und dann hoffe ich dass wir nicht ins wasser müssen wo dieses bieter wohnt und lebt wenn das frauen sind möchte ich mit frauen nichts zu tun haben ich so direkt unter mir oder ich bin darüber ich habe keine wahl nicht so an der kante mich runterlassen nein 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 schwimmen 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 oh shit hoch da hoch da hoch da holy shit holy shit und jetzt noch wirst du wo ich jetzt hin will zu der leiter da oben würde ich gerne kommen aber das schaffe ich nicht ich kann also nur wieder rein springen und weiter schwimmen ich springe jetzt einfach so weit ich kann und go oder ist noch ein seil das noch ein seil das noch ein seil ja 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 ich will nicht hoch und ich hoch oh ja das wird nach oben boah okay okay jetzt kann ich mich ein bisschen ausruhen kein gefährliches wasser mehr oh ich hoffe ich muss da nicht noch mal runter oh ich will da nicht noch mal rein ich gebe dir eine u-boot gerne mit dem u-boot war das schön mit dem u-boot war das einfach da konnte ich sie anstrahlen oh nein oh nein oh nein oh nein wollt ihr mich verarschen ich muss hier springen oh nein ich weiß nicht wo ich dann rauskomme ach egal los geht's ja das ist eine Tür das ist eine Tür das ist eine Tür durch hoch 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 boah boah ist sie unter mir? ja sie ist unter mir nein nicht rein boah und nochmal oh nein ich mag nicht ich mag nicht ins Wasser das ist zu viel Stress für mich ich vertraue auf die Spieldesigner die das alles so gebalanced haben dass man es immer genau schafft oh ja ja ha mit diesem vertrauen kann mich jetzt nichts mehr erschüttern hohoho ok das war falsch diesen Knopf machst du diesen Knopf? oh 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 ok ähm 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 mir dieser Haken dann irgendwas dafür. Wenn ich abspringe, komme ich wahrscheinlich nicht mehr an den ran. Der hängt ja viel zu hoch. Oder? Ja, der hängt viel zu hoch. Jetzt bin ich wieder hier. Das war ja auch dämlich. Die nette Dame ist noch da drüben. Oh nein, 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 nein! NENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENEN ich schaue jetzt nach der tür ist oh ja dass die tür ist das knopf ist es ein ok also idealerweise käme ich an diesen haken noch mal an wenn er ganz drüben ist und kann sie damit ablenken damit sie weiter weg ist ich weiß aber nicht ob das funktioniert wie ich mir das gerade vorstelle ich glaube nicht dass ich daran komme ich glaube es echt nicht also jetzt abspringen oder und jetzt wieder hoch an den haken hoch an den haken ja von wegen ich komme da doch nicht mehr in den haken ich meine es sah knapp aus vielleicht hätte ich mich auch in dem moment erwischt bevor ich an den haken angekommen wäre ich probiere es noch einmal diesmal springe ich ein bisschen später erst ins wasser ne 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 da ist nichts zu machen aus dem wasser erreiche ich den nicht aber ich kann doch gar nichts dranhängen oder irgendwas dranhängen also idealerweise würde der haken mich zurück transportieren aber ich schaff's ja nicht mal ich schaff's ja nicht mal nee das kann nicht gehen es kann nicht gehen wie soll das denn gehen ach so außer wenn ich im wasser bin und ich ganz unten das habe ich das 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 kann sein wo das könnte sein ich hoffe er lässt jetzt nicht los oh ja das funktioniert oh super okay so habe ich es mir am anfang nicht vorgestellt dass ich das seil hier entdeckt habe aber es funktioniert jetzt muss ich runter zu dem roten button dort unten und dann schauen was dort passiert so gar nicht lang aufhalten ich denke mal das tor geht zu oder ja 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 wenn sie los geworden das ist doch es ist eine leiter ich würde sagen das ist keine leiter sondern hintergrund objekt aber es war eine leiter richtig gleich was ab aber hallo ob irgendwas im wasser ist nein ich schaue es jetzt nicht nach das hier sieht eher verschlossen aus oder nein ich kann es anfassen ich kann es auftreten okay du nein 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 nicht schon wieder nicht schon wieder nicht schon wieder nicht schon wieder ich hasse sie so sehr ich hasse sie und da ist eine klappe wo ich hätte nochmal drücken müssen ich hätte ich hätte ich hätte nochmal drücken müssen diese sequenzen sind echt schwer das war elegant oh gott das ist furchtbarer start drückt und drückt nochmal nein oh nein nein nochmal drücken wir eine schlechte idee nochmal drücken wir eine dumme idee oh okay jetzt weiß ich jetzt weiß ich ich weiß es ganz sicher ganz sicher ganz sicher ich weiß wie es zu lösen ist vertraut mir klappe auf junge rein knopf gedrückt und dann wieder nach oben durch die luke hoch jetzt locken wir die nette lahme nach hier drüben so und jetzt machen wir die tür wieder zu so geht das nämlich schwimmen doch schneller schwimmen doch schneller du machst mich fertig junge wie sind uns eigentlich bei der letzten tür hinterher gekommen da ging es doch gar nicht weiter war das etwa schon wieder eine neue ich weiß es nicht ich weiß nicht ich möchte möglichst schnell aus dem wasser raus und zurück was zur hölle was was sie tötet mich nicht doch sie ertränkt mich sie ertränkt mich um okay okay was geschieht hier das ist einer dieser helme oder ich glaube ich bin tot nein luft wahnsinn wahnsinn aufgefressen von den fischen aufgefressen von den fischen also in hoher oh us